So, wie haben Sie das gemacht? Interessant. Ich weiß, Voyager hat die Krennum während der Reise gesehen und Tuvok war für die Überzeugung des Vaudhwar-Purges. Für heute, aber vielleicht sollten wir uns auf dem Lernen lernen, was wir von diesem System lernen können. Einverstanden. Was wollen wir bezüglich des Kraftfelds tun? Ne, sollen wir bezüglich des Kraftfelds tun, so rum. Quinn ist ohne seine Sicherheit abzunehmen, aber ich weiß, wie es um ihn zu kommen. Das ist nicht ein sehr sophistikates System. Es ist gar nicht wert, dass die Lernen dafür bezahlt werden. Ha, ha, ha. Wenn wir die EPS-Konduitzen überladen, werden wir eine Kaskade-Failure in dem System, die die Kontrollprotokolle nicht möglich werden können. Das sollte das Kraftfeld verlassen. Wie sind Sie in der Sternflotte gelandet? Wie sind Sie in der Sternflotte gelandet? Ich bin auf Deep Space Nine mit meinem Vater und meinem Unc. Quark. Das war nachher, bevor mein Vater der Nagus wurde. Er war nur eine Beziehungstecher. Wie mein Vater, ich liebte Ingenieure für Business. Kapitän Sisko hat mich in die Akademie geholfen. Der erste Ferengi, der immer in Starfleet zu sein. Dann hat mein Grand Moogies angefangen, die Grand Negus Zeck zu sehen. Und es gab viele Veränderungen auf den Ferengen-Arm. Als Zeck entschieden, zu retten, dachte er, mein Vater wäre die richtige Person, um sie zu sehen. Okay, ich verstehe. Interessant. Ich weiß, Voyager hat die Kranim-Durren gefunden. Quinn hat sich ohne seine Sicherheit verlassen, aber ich weiß, wie es um ihn zu kommen. Das ist nicht ein sehr sophistikates System. Es ist gar nicht wert, dass die Lernen dafür bezahlt. Wenn wir die EPS-Line überladen, werden wir eine Kaskade-Fallung in dem System, die die Kontroll-Protokolle nicht ablehnen können. Das sollte die Kraft für Sie verlassen. Okay, ich bin nicht mit Ihrem Werdegang vertraut, Captain. Können Sie mir einen Überblick verschaffen? Würde ich. Machen wir auf jeden Fall. Und dann einfach die EPS-Line überladen. Das ist nicht wirklich ein sicheres Vorgehen. Das machen wir dann. So. Ich weiß nicht, dass ich ein bisschen über mich selbst erzähle. Ich bin auf Deep Space Nine mit meinem Vater und meinem Uncle Quark. Das war vorhin mein Vater wurde der Nagus. Er war nur eine Unterrichtung. Wie mein Vater, ich liebte die Ingenieinung als Business. Und Captain Sisko hat mich in die Akademie. Der erste Ferengi ever zu joinen Starfleet. Ich war in der Dominion-War, das ist eine Erfahrung, die ich nie will immer wiederholen. Und ich habe ein paar Zeit auf Explorations-Ships. Dann war es zurück in DS9, für ein Zeitpunkt, nach Utopia Planitia, um mit der SCE zu arbeiten und endlich die Kamara zu beantworten. Jetzt bekomme ich die Technologie, die ich in der Arbeit zu entwickeln habe. Interessant. Ich weiß, dass Quinn mit dem... Ich glaube, dass du die EPS-Ladung in der Körner überladen kannst. Aber ganz kurz. Die Krennen sind einfach weg. Und die Krennen haben ja viel mit Zeitreisen experimentiert. Und in der einen Voyager Episode war es ja so, dass sie praktisch die Geschichte immer bereinigt haben. Dass sie gewisse Ereignisse verschoben haben, um sicherzustellen, dass das Imperium halt wächst. Beziehungsweise, dass geschichtliche Ereignisse halt nicht auftreten und dadurch die Geschichte geändert wurde. Äh, ich würde mal sagen, mit weg meinen sie einfach, dass sie vielleicht aus der Geschichte einfach getilgt wurden in dem Zusammenhang. Beziehungsweise zumindest die Kolonie. Wäre eine Vermutung. Keine Ahnung. Wir überladen erstmal die EPS-Leitung, was bestimmt clever ist. Jetzt, dass die Kraftflug geändert wurde, können wir die administrativen Anforderungen überprüfen. Die Kontrollen sind... Ja! Hier über die Artikel. Wenn's spratzeln ist gut. Administrativer Zugriff. Mhm. Excellent! Jetzt können wir einen guten Blick auf das. Okay. Gerät untersuchen. Sieht aus wie eine Pyramide. Ich bin gespannt. Äh, was? Die Wettbewerben sind nicht wie alles, was ich vorher gesehen habe. Okay. Ich denke, ich bekomme etwas. Das ist definitiv Krennum in Origin. Und Quinn war richtig auf der Zeit. Ich habe auch einige repetierende Elemente in dem Basecode gesehen, fast wie eine Signatur. Und die strange Energie, die Quinn gesprochen hat, sind eigentlich Kronitons. Viele Kronitons. Und Kronitons bedeutet temporale Manipulation. Diese kleine Box hat einfach viel mehr interessanter. Ich hasse temporale Mechanik. Ja, das stimmt. Das ist, äh, kompliziert. In der Tat. Sehr interessant. Das letzte, was wir brauchen, ist ein Besuch der temporalen Untersuchungsbehörde. Hm-hm. Treffen Sie die USS Chimera im Kiana-System im Delta-Quadranten. Okay. Verstanden. Wir sehen uns im Delta-Quadranten. Außen. Andromeda. Fünf Personen hochbeamen. Sir. Ich habe viele Plätze als Starfleet-Aufiger. Aber es ist meine erste Mal sehen die Delta-Quadranten. According zu Quinn, das Krenim-Artifakt kommt aus diesem System. Ich hoffe, wir haben nicht alle diese Richtung, nur zu schießen. Ich habe eine Chance gesehen, zu schauen, den Krenim-Aufig. Aber ich bin nicht sicher, wie es aktiviert. Es ist definitiv für die Temporeale Manipulation. Aber ich glaube, es würde nicht helfen, jemanden zu überwenden Zeit. Es ist quasi ein Schritt nach hinten. Wenn das überhaupt Sinn macht. Ich werde weiter arbeiten, und werde dir wissen, ob ich etwas mehr lerne. Vielleicht können wir hier etwas finden, das das erklären würde. Voyager's preliminare Scans in diesem System haben einige Anomalyse aufgenommen, aber nichts konklusives. According zu Krenim-Rekordern, sollte es ein M-Class-Planet sein, in diesem System sein. Wir haben nichts wie das auf den Sensoren. Ah, ich glaube, ich weiß, was die Krenim gemacht haben. Die haben sich in der Zeit versetzt. Er meinte ja einen Schritt zur Seite einfach. Du kannst mit dem Teil nicht durch die Zeit reisen, aber du versetzt praktisch dann einfach zum Beispiel, weil hier soll ein Planet sein. Das können jetzt die Trümme hier sein natürlich, aber wenn du den Planeten zum Beispiel eine Sekunde in der Zeit versetzt, dann wäre der nicht mehr da. Also ein Objekt eine Sekunde in der Zeit versetzen zum Beispiel, dann siehst du es nicht mehr. Ähm, beziehungsweise aus der Phase so ein bisschen rausnehmen dann, dass es praktisch einfach nicht mehr in der normalen Zeit ist, sondern einfach daneben. Könnte ich mir vorstellen. Mal gucken. Vielleicht ist der Planet die Quelle der Asteroiden. Wir haben auch einige Trümme entdeckt. Könnte sein. Lass uns das Wachstum erst mal schauen. Es könnte uns eine bessere Idee geben, was hier passiert ist. Und wir sollten auf der Schau von Vardwur sein. Präliminäre Scans zeigen, dass sie aktiv durch dieses System patrouilliert sind. Dr. Who? Das machen sie nur, um die Tades oder irgendwas zu verstecken dann. Wenn ich einen Platz im Bett hätte, würde ich sagen, dass das Wachstum ist, wo dieses Artifakt gefunden wurde. Okay. Scannen Sie die Trümme. Achtung! Vardwur auf einem Intercept-Kurs. Ah ja. Wie schön. Endlich mal wieder gegen Vardwur kämpfen. Mal gucken, ob es jetzt ein Spaziergang wird, im Gegensatz zu den Ikonianern. So, Feuer frei. So, Trümme scannen. Okay. So. Schilder regenerieren. Da hinten ist doch ein Planet. Ahem. Ich würde fast... Es gibt mehr Vardwur auf einem Intercept-Kurs, aber wir können sie evtl. Ich sage, wir nutzen das Mineral-Kontent der Asteroiden, die ich markt habe, um unsere Energie-Signaturen zu entfernen. Vardwur-Sensoren sind nicht so gut wie unsere. Die meisten ihrer technologischen Vorteile erscheinen, zu direkten, um bessere Weapons zu machen. So sollte es funktionieren. so lange, wie wir sie nicht erinnert werden, bevor wir sie aus ihrem Weg kommen. Herald! Sie müssen die Vardwur-Patrol suchen. Okay. Ich glaube nicht, dass die Herald-Sensoren uns entdeckten. Wir hoffen, dass sie nicht zurückkommen. Zurück! Nun, der Zeit ist sie eben versteckt. Na toll. Ist klar. Aha. Ja. Alle Waffensysteme feuerfrei. So. Feuer! Na so, ich muss das noch machen. So. EMP-Sonde ist auch sehr schön. So. Alle Waffen. Dauerfeuer. Pantentorpedos. Volle Streuung. So. Nehmen. Auf den Mond beamen. Auf den Mond beamen. Es war etwas über das Krenim, das war so eine Gefahr zu den Vardwur und den Iconians, dass sie noch die alten Krenim-Systeme patrolen. Wenn wir mehr Krenim-Technologie finden, oder vielleicht unlocken, was wir haben, dann können wir wissen, was so wichtig ist. Das könnte etwas sein, das die Allianz gegen die Iconians nutzen kann. Ich empfehle, dass die Kamara und dein Krenim das Außen-Systeme patrolen, während wir ein Team zur Verfügung stellen. Ich bringe das System und versuche, weiter zu lernen, mehr darüber zu lernen. Beamen sie auf die Oberfläche. Einverstanden? Mein Team wird sie dort treffen. Lassen Sie mich eine Minute drüber nachdenken. Okay, machen wir. Außenteam, sammeln Transporter um eins. Energie. Ich bin gespannt. Einverstanden. Es gibt hier etwas. Wir müssen es nur finden. Genau. Aber wir müssen es schnell sein. Die Patrolen, die wir in der Orbeite haben, werden bald verletzt werden. Ich versuche, die Kamara zu versuchen, zu Kontakte zu vermeiden. Aber warnen Sie uns, ob mehr Schiffe kommen. Scannen Sie auf der Oberfläche nach Anomalien. Einverstanden. Wählen Sie die Gebiete für die Scans und los geht's. Es ist schön, dass der Mond im Übrigen eine Atmosphäre hat. Das folgende Scannen. Seltsame... Was? Seltsame... Seltsame... Seltsame Mineralformationen und Anomalien. So, seltsame Mineralformationen und Anomalien. Ich glaube, die Krenim haben sich hier versteckt. Die sind nicht tot. Die haben sich alle versteckt. Die haben sich alle in der Zeit versteckt einfach. Ich bin gespannt. Ich wette die... Es ist eine resonante Frequenz hier, die nicht natural ist. Ich wette die Krenim verstecken sich hier auf dem Planeten. Ich wette die Krenim verstecken sich hier auf dem Planeten. So. Was? Äh... Damit habe ich nicht gerechnet. So. Ergebnisanzeigen. 100... Diese Anomalien haben eine Form. Wie ein Wormfeld, aber nicht ganz ähnlich. So. Wo ist die restliche Anomalie? Die ist hier. So. Sekunde. So. Seltsame Mineralinformationen scannen. Das ist dann die letzte hier. So. Ach ja, die Chimära ist gut im Kampf. Ja. Hat sich ganz gut geschlagen. Der einzige andere Ort, in dem ich Sensor-Liedungen wie diese gesehen habe, war in der Wormhalle. Kapitän, die Herolde sind gelandet und nähern sich ihrer Position. Ziehen Sie sich zurück Andromeda. Wir werden uns um die Herolde kümmern, die bereits hier sind. Da! Hinter den Röden! Hä? Okay, er winkt. Dann müssen sie irgendwo hier sein. Ach, hinter diesen Felsen hier. Okay. H慌! Sie werden hier in jedem Moment sein. Okay. Mit Nox sprechen. Diese Umgebung sieht defensiv aus. Geht bereit. Ich habe eine Idee. Wir müssen das Gerät nutzen. Ich habe versucht, es zu aktivieren und habe es fast gekriegt. Bleibt sie busy. Wenn ich es zu arbeiten kann, sollte ich es können, um uns zu beschützen. Hier kommen sie! Das ist doch ein Emtara-Kämpfer hier, oder? Ist das nicht so ein Emtara-Typ hier? Ja, genau. Ne, Troll. Aha. Was? Okay, dann macht er auf jeden Fall. Aua! Hä? Hä? Was? Beenden. Was? Äh. Hä? Was? Wo bin ich hier? Ich glaube, das... Ich glaube, das Spiel hat einen Bug. Ich kann jetzt hier beenden. Ah. Hä? Was? Hä? Was? Wie schräg ist das denn? Warum war ich jetzt hinter der Wand? Kann meine Klemmung jetzt hinter der Wand gespawnt bin? Das ist irgendwie schräg. Ich arbeite so schnell, wie ich kann. Na ja, ist mir schon klar noch. Habe ich kein Problem mit. Einfach nur ein bisschen beeilen, wäre super. So. Äh. Na komm, sterbt mal bitte. Boah, der hat ganz schön viele Leben. Ich brauche bessere Waffen. Ich brauche unbedingt bessere Waffen. Das ist so ja fast schon ein Witz. Also, der ist wirklich ein Witz gerade. Ich mache hier kaum Damage eigentlich. Ich frage mich nur, warum. Guck mal, ich mache den 50 Leben Damage. Also, das ist halt irgendwie so... Ne. Das Tolle ist, wenn meine Offiziere draufballern, die machen mega viel Damage. So, also irgendwas. Oder ist einfach die Anzahl an Waffenfeuer dann? Noch mehr. Ja, jetzt ist es aber mal gut wie langsam. Langsam reicht's. So. 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 Klingt spannend. Ja, okay. Ich bin wieder hinter der Wand gespawnt. Warum auch immer. Beenden. Vor allem hier steht beenden. Das ist so witzig. Warum steht da beenden? Es ergibt nicht wirklich viel Sinn, muss ich sagen. Also, ich verstehe es wirklich nicht. Von daher, ähm... Ja. Keine Ahnung. Ach, kommt schon. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo. Ach, ich spawne da oben immer irgendwo. Kann das sein? Ich spawne da oben auf dem... Auf dem Berg. Und bei Beenden springe ich dann einfach wieder runter. Kann das sein? Also, ich spawne nicht hinter der Mauer. Ich spawne einfach oben auf dem... Ach, komm schon! Oh, das ist echt ätzend. Das ist irgendwie echt ätzend, dass ich... Weil... Guck mal, die machen einen Schuss und meine Schilde sind halt unten. Was? Das ist doch nicht wahr. Das ist schon ein bisschen krass, muss ich sagen. So, geh mal du weg hier. Der macht mir mega viel Damage. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Tschüss. Aua. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Ach, Alter. Ich komme mir gerade vor wie bei Dark Souls. Hm. So. Na, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Nur eine mehr Verbindung und das... Nock. Schön. Letzte Welle der Heralds abwehren. Schön. Der Nock ist schon mal safe. Wir nicht. Mhm. So, das haben wir noch eben einen hier. La, 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 la. Wenigstens ist der Nock safe. Das ist doch schon mal wichtig. Troll. Okay. So. Bitte stirb einfach. Tschüss. So. Na, komm schon. Komm schon. Stirb. Beeilung. Wir müssen es auf den Hang schaffen. Welcher Hang? Hä? Was? Rückzug. Zur Verteidigungsposition auf dem Hang gelangen. Äh, warum? Warum genau? Wieso muss ich... Hä, wieso muss ich da jetzt weg? Verstehe ich nicht. Hm. Ja, ja, ja. Ich werde flankiert. Das habe ich gecheckt schon. So. Könntest du bitte sterben? Das wäre schön. Danke. Äh, na klar. Hinterhalt. Was du nicht sagst. Äh, aua. Blanking damage detected. Mit seinem blöden Schwert, lass mich mal in Ruhe. Ich hätte auch gern so eine coole Waffe, wo ich die einfach so zack, 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 tot machen kann. Das wäre schön. So, auf Wiedersehen. So, den hier noch platt und den noch platt. Mann, Mann, Mann. Rundenkampftechnisch machen wir schon ein bisschen was hier. So, achso, da liegt noch einer. Okay, die Tyrell hat es erwischt. Oh, oh, aus hier. Ah. Hm, so, ey, wie war das? So. Tyrell wiederbeleben. So, wie schön, dass die hier noch kämpfen alle. Finde ich super. So. So. Was war das? Triolischer Verstärker, genau. Triolische Wellen. So, wir müssen da unten jetzt irgendwie hin links jetzt, glaube ich, ne? Genau, da hoch dann. Hm, ach ja. Ich möchte jetzt nur einen Nockis. Der hat sich jetzt bestimmt einfach... Der hat sich auch einfach in der Zeit versetzt jetzt einfach. Der ist bestimmt einfach nur da. Der ist nur, wie gesagt, in ein paar Sekunden vielleicht oder vermute ich mal weg. Dort, wir können diese Felsen als Deckung verwenden, um unsere nächsten Schritte zu planen. Ja, halt einfach feuern, hätte ich gesagt. Einfach die Andromeda rufen und uns an Bord beamen lassen. Das wäre zu einfach, glaube ich. Blankungsvermögen entdeckt. Oh, oh. Lass mich mal... So schön, dass du durch die Wand schießen können. Das finde ich super. Ja. Ist klar. Boah. Okay. Käpt'n Nock? If you'll forgive the pun, I managed to buy us some time. Mhm. Krenim Anführer. Aha. Hallo Nock. Krenim Anführer. Krenim Anführer. Krenim Anführer. Krenim Anführer. temporal energy I suggest we help I wouldn't want to be in here if the fields collapse okay wir sollten mit den keine sprechen mit keinem an für reden hallo I've had some time to observe you and captain nog and your actions make it clear that you are no friend of the vod war or the heralds this does not however assure me that you will be allies to my people the Krenim have lost much our empire is gone and our people have been killed or scattered we are what remains and I will do whatever I must to protect this system even if it means leaving you to face the heralds alone ok wie können wir uns beweisen you have already repaired some of our emitters that were damaged by the attack but there is more yet to do should our temporal equipment fail this location will be instantly overrun by heralds if that happens none of us will survive okay wie können wir sie unterstützen wir wollten ihnen nichts antun wie können wir helfen warten sie sie haben uns beobachtet more of our emitters must be realigned and there are other pieces of equipment my people are already working to repair assist my team and then we will talk again okay helfen sie den krennen die temporale technologie zu reparieren die sie vor den herolden verbirgt verstanden die momentan nichts checken beziehungsweise uns nicht checken weil sie uns einfach nicht sehen finde ich cool aber ich hatte recht finde ich sehr schön dass ich recht hatte mit meiner vermutung dass sie sich einfach in der zeit versteckt haben schön die können hier einfach dann durchlaufen durch die gebäude dann weil sie gebäude für die einfach nicht existieren so hallo ingenieur jade hold this now hold it right next to the bracket or the spanner won't there got it thanks something is putting too much stress on these components i'm not sure what it is but we don't have enough spare parts to keep rebuilding this transceiver grab a tricorder and run a level three diagnostic maybe there are some micro fractures if we can find and repair those this should hold out until i can fabricate a new unit okay so bevor wir den helfen darf ich sie etwas über diese technologie fragen warum haben sie so viele probleme damit anoraxes original designs are for a temporal field that's big enough for a ship sizable but finite we've adapted the tech to cover much larger areas but that makes the field more unstable and we had to get everything operational before the bad war found us so we cut some corners a lot of corners we're making updates and repair as fast as we can but we can't afford failure this tech is the only thing keeping us alive ich verstehe wobei brauchen sie hilfe hold this hold right next to the bracket temporale ausrichtungstransponder reparieren na gut machen wir mal irgendetwas übt zu viel druck auf diese komponente aus ich bin mir nicht sicher was doch wir haben nicht genügend ersatzteile um diesen transponder ständig zu reparieren beginnen sie mit den reparaturen so was denken sie noch du musst nach mikrofrakturen sparen wir müssen wissen was zu reparieren epoxie abgeschlossen mikrofrakturen reparieren transziver ist stabil keine mikrofrakturen entdeckt da tschu do it aha temporale kompensierungsemitter kondensator ok machen wir mal kann man nach unten fliegen hier so wo müssen wir hin einmal da lang und einmal nach da unten also die richtung ist immer gleich die sind direkt nebeneinander sehr gut sehr gut dann latschen wir da mal hin ist möglich ok es ist krass dass die heraldi überall rumlaufen dass die die suchen und sie die checken aber nicht dass wir halt gar nicht da sind ich frage mich bloß was passiert wenn die diesen planeten oder diesen mond zerstören würden das wird mich interessieren was dann passiert ingenieur kott